Hallo und herzlich willkommen. Heute soll es mal wieder ein GIMP-Video geben. Ist ja schon lange her, dass wir mit GIMP gearbeitet haben. Wir haben hier auf diesem Kanal auch eine ganze Playliste zu GIMP. Aber ich denke, jetzt war Urlaubszeit oder vielleicht sind manche noch im Urlaub. Da macht man so in der Regel seine Urlaubsbilder und die möchte man vielleicht auch mal nachbearbeiten beziehungsweise irgendwie verewigen, sprich irgendwie auf einer Tasse, auf ein T-Shirt. Vielleicht möchte man eine eigene persönliche Postkarte erstellen. Und da dachte ich, ich stelle euch nochmal GIMP vor als Crashkurs, als Einsteigerprogramm. Wir werden es installieren. Wir werden ein bisschen mitarbeiten. Es geht vielleicht manchmal ein bisschen schneller. Ihr könnt euch das Video mal anschauen. Wenn er Probleme bekommt, schaut mal in der Playliste, ob er da vielleicht noch einzelne Videos findet, die das alles ein bisschen genauer erklären. So, was ist GIMP jetzt? GIMP ist ein GNU-Bildbearbeitungsprogramm, Bildmanipulationsprogramm. Eigentlich ist GIMP die Open-Source-Antwort auf Photoshop. Nur GIMP ist, wie gesagt, frei und will auch frei bleiben. Das heißt, es untersteht einer Lizenz, einer sogenannten Copy-Left-Lizenz. Ihr dürft es benutzen, kopieren, aber ihr dürft nicht unbedingt das Programm verändern und dann unter eurem Pseudonym sozusagen verkaufen. Aber gut, das ist alles ein anderes Thema. Das ist alles der Bereich Open-Source. GNU ist ja eigentlich auch die Lizenz für Linux. Linux ist eigentlich nur der Linux-Kernel und eigentlich heißt es GNU-Linux. Und zu dieser ganzen Familie vom Programm, so sage ich das jetzt mal salopp, gehört auch GIMP. Wir wollen uns mal GIMP anschauen. Ich habe jetzt hier ein Linux-Mint-System, aber das ist völlig egal. Ihr könnt mit Apple arbeiten, ihr könnt mit Windows arbeiten. Völlig wurscht, das Ding läuft überall. Meistens ist es sogar bei irgendwelchen Distributionen von Linux schon vorinstalliert. Da müsst ihr es noch niemals mehr installieren. Gegebenenfalls, ihr habt jetzt so ein Linux-Mint, weil das im Moment sehr, sehr populär ist. Dann haben wir nämlich so einen Bereich Anwendungsverwaltung und da klicke ich jetzt mal drauf. Da ist es, das ist die Anwendungsverwaltung. Eine Oberfläche vom Programm und da sehen wir schon hier etliche Programme. Sogar Telegram und OuterCity und sowas ist alles dabei. Bitwarden. Naja, das ist nur ein kleiner Ausschnitt. Wir suchen jetzt ganz explizit nach GIMP oder wir können auch mal eben schauen, was wir hier für Grafik- und Bildbearbeitungsprogramme haben. Und da ist es natürlich auch schon sofort dabei. Wir haben auch hier Inkscape und Krita. Kann ich auch sehr empfehlen. Dann haben wir auch bei uns auf dem Kanal, beziehungsweise Krita habe ich noch gar nichts zugemacht. Ich sage jetzt mal so, das ist eine Weiterentwicklung oder eine Spezialisierung von GIMP für Leute, die gerne mit einem Grafiktablett arbeiten und zum Beispiel Mangas erstellen. Also wirklich kreative Leute, während GIMP da so ein bisschen allgemeiner ist. So, ich gebe aber trotzdem mal hier in der Suche, also da wo die Lupe ist, gebe ich mal GIMP ein, nur um euch mal zu zeigen, wie viele Plugins es gibt und also Erweiterungen, um GIMP noch besser zu machen. So, hier habe ich das Bildbearbeitungsprogramm. Da lädt er erstmal. Ich habe ein System-Pack installiert. Ich könnte aber auch ein Flat-Pack installieren. So, wer Linux kennt, der kennt jetzt vielleicht auch schon die Unterschiede. Flat-Pack ist moderner, aber ich habe mich für das System-Pack entschieden, weil ich dann noch solche Sachen wie zum Beispiel den GIMP installieren kann. Und das ist eine ganz tolle Erweiterung, wo ich dann auch so Rahmen mit erzeugen kann, irgendwelche Special-Effekts. Und es geht am besten mit dem System-Programm. Und wie ihr seht, da war es gerade nochmal, der zaubert so einiges aus dem GIMP-Root. Ja, jetzt bin ich jetzt nochmal auf der Webseite, aber da wollte ich sowieso hin. Ich wollte gleich mal den Firefox benutzen, also irgendeinen Browser, um mal nach GIMP zu suchen. Also das wäre jetzt hier, ne, ich akzeptiere hier erstmal gar nichts. Das wäre jetzt hier die Open-Source-Gravity-Design-Software von GIMP. Aber das könnte man darüber auch installieren. So, machen wir nochmal einen Tabulator offen. Also wie gesagt, der hat jetzt hier meinen Browser gestartet. Ich war ja noch bei der Anwendungsverwaltung. Und dann können wir hier noch zusätzliche Texturierungen hinzufügen und so weiter und so fort. Also wenn man sich ein bisschen intensiver mit dem Programm beschäftigen will. Hier auch noch was zum Drücken, guten Bergprint. Also wenn ihr wirklich alte Drucker habt, die unter Windows gar nicht mehr laufen. Hier findet ihr noch Uralt-Treiber für irgendwelche Drucker, wo ihr noch nichtmals mehr, sagen wir mal bei Canon oder OP oder wie sie alle heißen, das wäre hier möglich. Da schließen wir mal. Ich hatte hier meinen Firefox offen. Und da geben wir auch nochmal GIMP ein. Und an erster Stelle haben wir diese Seite, GIMP.org. Und das möchte ich euch wirklich ans Herz legen. Nehmt nicht irgendetwas wie GIMP24.net.de, Punkt weiß ich nicht. GIMP.org, Org steht für Organisation. Das ist die Originalseite. Da könnte ich es auch mal eben übersetzen. Und hier bekommt ihr in der Regel euer Programm zum Download. Das ist der aktuellste Download. Hier hätte ich jetzt ein Flatpack, weil meine Systeminstallation ist jetzt nicht die aktuellste. Aber das will ich ja nicht. Ich habe das ja über meine Anwendungsverwaltung gemacht. Aber hier habt ihr dann auch noch Windows und ihr habt auch Mac OS. Inklusive aller möglichen Linux-Distributionen. So, dann gehen wir nochmal zurück. Was vielleicht viele machen, die gehen auf GIMP von Chip. Das könnt ihr natürlich hier auch herunterladen. Allerdings würde ich davon abraten, geht lieber auf die Originalseiten. Hier wird manchmal noch zusätzlich was installiert. Ich möchte es nicht. Vielleicht findet ihr das toll, wenn ihr irgendwelche Downloadprogramme noch bekommt. Noch Gratisprogramme. Aber so müllt man sich schnell mal seinen Rechner voll. Ja, hier sind ein paar Videos. Da haben wir noch so GIMP24. Kann ich nicht so sagen. Ich kenne die Seite nicht. Heise ist auch dabei. Also diese ganzen Zeitschriften, die verdienen natürlich auch ein bisschen ihr Geld damit, dass sie euch diesen Download anbieten und vielleicht auch ein paar Informationen sammeln. So, was ist denn mit Wikipedia? Pixelbasiertes Grafikprogramm. Wobei man auch schon wieder sagen muss, pixelbasiert, nicht hundertprozentig pixelbasiert. Denn wenn ich mit Faden arbeite, dann kann ich sogar skalierbare Vektorgrafiken erstellen. Also sowas, was Inkscape dann weiter benutzt. Das ist auch mit GIMP möglich. Aber in der Regel ist es halt ein pixelbasiertes, also ein Bitmap-basiertes Programm, mit dem man arbeitet. Schaut es euch an, lest es euch durch. Also es ist schon interessant, woher GIMP kommt. Hier aus der alten Unix-Zeit sogar noch. Da haben wir schon. Und ihr seht, 1900, was habe ich gerade gesagt? 1998 wurde schon veröffentlicht. Also ein wirklich alter Hase. Und wir haben jetzt hier die Version 2.10. Es gibt auch schon die 3er-Version, aber das ist noch nicht so stabil. Lieber eine stabile Version, die vernünftig läuft, als immer das Aktuellste. Kann man sich durchlesen, muss man aber nicht. Wie gesagt, im Internet solltet ihr dann unter GIMP.org euch das Programm herunterladen. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Starten wir doch das Programm einfach mal. Ich habe es hier natürlich schon installiert. Ihr habt es gesehen vorhin. Da haben wir GIMP 2.10. Die Oberfläche, ja, ich sage mal, vielleicht ist es ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Wir haben hier oben links in der Regel unseren Werkzeugkasten. Sollte das nicht der Fall sein, müsst ihr hier unter Fenster. Und dann können wir mal hier unter Neuer Werkzeugkasten den Werkzeugkasten wieder neu erstellen. Oder mit der Tastenkombination STRG und B oder COMMAND und B für Apple-Leute. Dann habt ihr hier diesen Werkzeugkasten. Das ist mit das Allerwichtigste, sonst könnt ihr eigentlich gar nichts damit machen. Manchmal habt ihr noch nichtmals hier oben diese Leiste. Das kann man alles konfigurieren und abschalten. Auf jeden Fall, wenn das nicht da ist, dann geht ihr nach Fenster und guckt mal hier nach dem neuen Werkzeugkasten. Und darüber findet ihr die andockbaren Dialoge. Was ist das jetzt? Andockbare Dialoge, das haben wir hier unter dem Werkzeugkasten. Da haben wir die Werkzeugeinstellung. Da klicke ich mal kurz drauf. Und dann kann ich hier dieses Fenster, deswegen finden wir das alles hier unter diesem Menüpunktfenster, hier rüberziehen. Dann seht ihr hier einzelne Fenster. Die kann man auch auf anderen Bildschirmen exportieren oder rüber schieben. Also ich habe jetzt den zweiten Bildschirm und schiebe ich das einfach mal da rüber und dann hätte ich hier viel mehr Arbeitsfläche. Aber ich habe es gerne unter den eigentlichen Werkzeugen. So, die Werkzeugeinstellungen sind jetzt immer abhängig von dem benutzten Werkzeug. Zum Beispiel, wenn ich hier diesen Pinsel mal ändere in eine Sprühpistole, dann haben sich hier auch ein paar Einstellungen geändert. Oder noch gravierender wird es, wenn ich jetzt hier auf so ein Auswahlwerkzeug gehe oder hier auf so ein Farbverlaufwerkzeug, dann ändert sich das hier unten. Oder hier ein Auswahlwerkzeug. Die werde ich euch gleich alle nochmal so vorstellen. Wir gehen jetzt hier nicht alles durch. Es ist jetzt nicht der typische GIMP-Kurses, wo man dann sagt, so, da müsst ihr klicken, da müsst ihr klicken. Und ich zeige euch jetzt mal ein bisschen Praxis. So, auf jeden Fall, hier haben wir unsere Werkzeuge. Da drunter die Werkzeugeinstellungen. Und an der rechten Seite habe ich hier, ganz wichtig, das brauchen wir heute unbedingt, die Ebenen. Also es sind so einzelne Schichten, als würdet ihr verschiedene Blätter übereinander legen oder verschiedene Fotos übereinander legen. Das Foto, was unter dem anderen Foto liegt, das seht ihr nicht. Und das haben wir hier auch bei den Ebenen so. Aber es ist da drunter. Und wenn man jetzt bei dem einen kratzen würde, ein Loch einstanzen würde, würde das andere durchscheiden. Das ist der Trick und mit dem arbeiten wir. Und dahinter, da gibt es noch Fade. Fade ist ein super, super Werkzeug. Das ist dieses hier. Das ist unser Fahrtwerkzeug. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Und die haben wir an dieser Stelle. Das andere interessiert mich heute alles gar nicht. Das kann auch wiederum anders aussehen. Und wenn das bei euch in schwarz-weiß dargestellt wird, geht auf Bearbeiten, Einstellungen. Und dann könnt ihr hier wirklich diese ganze Oberfläche anpassen. Wir haben jetzt hier unter der Oberfläche, da gehen wir jetzt mal drauf, neues Bild, hier Oberfläche, haben wir verschiedene Themen. Das heißt, wir können es auch in Grau darstellen. Wir können es hell darstellen. Wir können es systemabhängig machen. Ich glaube, ich habe jetzt hier ein relativ helles System. Aber ich bevorzuge, wie bei Photoshop mittlerweile auch, diese dunklen Darstellungen, weil da die Farben einfach besser zur Geltung kommen. Und apropos Farben. Hier unter den Symbolen, also unter Thema, Symbolthema, habe ich dann hier meine Legacy-Einstellung. Das ist die ganz alte Einstellung für diese Symbole. Damit bin ich groß geworden. Die kenne ich schon seit Jahrzehnten. Und da weiß ich sofort, welches Symbol ist. Und ich habe mir die auch ein bisschen vergrößert hier. Ich habe die auf groß stehen. Natürlich nehmt ihr dann hier viel Platz weg. Ihr könnt das natürlich alles runterziehen. Auf andere Größen. Hier haben wir auch nochmal bestimmte Auflösungen. Aber hier könnte man das jetzt auf ganz klein machen. So gehe ich jetzt hier mal auf Color, wenn es jemandem besser gefällt. Aber bei der Grundinstallation habt ihr diese schwarz-weiß-Symbole. Moment, da haben wir sie. So was ist alles einstellbar. Gut, das macht dann jeder selber, wie er gerade Lust hat. So, dann haben wir hier unser GIMP-Programm. Und ich habe hier nochmal was vorbereitet. Ein paar Bilder. Ihr werdet natürlich selber eigene Bilder haben. Ich habe hier so ein paar Urlaubsbilder herausgesucht. Die habe ich teilweise vom Pixabay. Aber manche habe ich hier auch einfach von der KI generieren lassen. Damit ich jetzt ein bisschen Material habe. Wie öffne ich jetzt so ein Bild? Nehmen wir mal dieses Bild hier. Da haben wir so einen Dyn-Hintergrund. Ich wähle die rechte Maustaste. Das könnt ihr bei Windows, glaube ich, genauso machen. Öffnen mit. Und jetzt gehe ich hier auf GIMP. Das ist hier in meinem Kontextmenü vorhanden. Klickt da drauf. Da hat er kurz gerödelt. Und jetzt wird das hier in meinem Programm geöffnet. Dann nehmen wir mal ein anderes Bild. Vielleicht dieses Fahrrad. Rechte Maustaste öffnen mit GIMP. Jetzt wird das geöffnet. Und wenn wir uns das jetzt mal einschauen, dann haben wir hier das erste Bild und da das zweite Bild. So, jetzt gibt es noch eine andere Möglichkeit. Nehmen wir mal hier dieses Kind. und ziehen das jetzt auf das erste Bild. Ich habe das jetzt hier angeklickt, ausgewählt. Halte das Bild von dem Kind fest und ziehe das jetzt hier einfach drauf. Jetzt ist Folgendes passiert. Wir haben zwei Bilder übereinander gelegt. Wir haben das kleinere Bild über das größere gelegt. So, wäre das nicht der Fall, sähe das so aus. Jetzt hätte ich das kleinere abgedeckt. Aber an der rechten Seite, wir sind auf Ebenen, da sehen wir jetzt, liegt das große Bild, das ich als Hintergrundbild nehmen möchte, über den kleinen Bild. Ich könnte jetzt hier auch auf dieses Auge gehen und dann blende ich das einfach aus. Und jetzt sehen wir hier so Kästchen. Und diese Kästchen, das ist ein bestimmtes Muster für Transparenz. Also wenn sowas so aussieht, dann ist dieser Bereich hier transparent. Und wenn ich jetzt das große Bild, was ich vorhin hatte, hier drunter ziehe, hat sich erstmal nichts geändert. Deswegen, weil ich hier das Auge wieder ausgeblendet habe. Ich kann auch das Bild ausblenden, dann habe ich wieder das in der kompletten Darstellung. Worauf ihr unbedingt achten müsst, ist, dass wir hier im Moment auf dieser Ebene sind. In der Regel arbeitet ihr auf der Ebene, die hier ausgewählt ist. Also auch wenn ich das Bild jetzt sichtbar habe, arbeite ich jetzt auf der unteren Ebene. Jetzt machen wir das nochmal. Wir nehmen mal hier diese Xyan-Farbe. So. Ausgewählt. Okay. Und jetzt male ich mal hier so rüber. Ihr seht, das wird von dem Bild abgedeckt. Aber ich habe hier gemalt, hier hinten. Bearbeiten. Rückgängig. Pinsel wieder rückgängig. Alles wieder gelöscht. Das kann ich nochmal machen. Und wenn wir das ausblenden, dann seht ihr, ich habe hier durchgemalt. Rückgängig. Objekt. Sichtbarkeit rückgängig. Pinsel. Gut. Jetzt kann es sein, dass ich jetzt so eine Art Fotomontage haben möchte und dieses Bild hier unten reinlegen möchte. Jetzt nehme ich mein Werkzeug zum Bewegen. Das sind diese Pfeile. Verschieben. Könnt ihr auch einfach Taste M drücken. Klicke auf dieses Bild und will das mal hier unten positionieren. Wäre ja toll, wenn dieses Bild jetzt ein bisschen transparenter wäre. Dann würde ich ein bisschen von dem Hintergrundbild noch sehen und wüsste, wo jetzt hier die Dünen beginnen. Und das machen wir einfach, indem wir auf diese Ebene gehen. Also hier Kind mit Schäufelchen und Eimer. Und gehe mit der Deckkraft einfach ein bisschen zurück. Jetzt bin ich hier mit einer Deckkraft auf 72%. Aber jetzt sehe ich hier, wo die Dünen da beginnen. Jetzt könnte ich das hier so runterziehen. Jetzt ist mir das vielleicht noch zu groß. Also gehe ich auf Skalieren und könnt ihr das jetzt hier anwählen. Und ihr seht, so können wir das skalieren. Hier sollte man unbedingt darauf achten, dass wir hier ein Schloss drin haben. Denn dann werden Breite und Höhe skaliert. Wenn ich das Schloss nicht da drin habe, dann kann ich das Bild schnell mal verziehen. Aber auch nicht schlimm. Wir gehen auf Zurücksetzen und dann haben wir es in seiner Originalgröße. So, Kette rein. Seitenverhältnis Breite und Höhe. Wird dadurch fixiert. Und jetzt könnte ich das hier unten reinsetzen. Skalieren. Also damit wird das dann bestätigt. Und jetzt wird hier auch der Rahmen verkleinert. Und jetzt ist das ganze Bild hier kleiner geworden. Und da möchte ich das ungefähr sitzen haben. So, machen wir das mal hier hin. Jetzt soll das andere Bild da drüber. So, gehen wir hier nochmal mit der Deckkraft hoch. Also volle Deckkraft. Und wir ziehen das Bild da drüber. Jetzt könnte ich hier genauso wieder auf dieser Ebene. Ich bin jetzt hier auf dem Hintergrundbild mit der Deckkraft ein bisschen spielen. Und jetzt scheint dieses Bild durch. So, wenn ich jetzt hier ein Loch reinschneiden möchte in diese Ebene. Also hier in diese Ebene. Dann mache ich das mit dem Auswahlwerkzeug. So, da habe ich einmal die Rechteck-Auswahl oder quadratische Auswahl. Kann ich da auch schnell raus machen. Oder eine elliptische Auswahl. Dann nehmen wir die Rechteck-Auswahl. Klicken wir drauf. Dann bekomme ich hier unten noch so Auswahl-Modi. Und da gehe ich auf den ersten. Auswahl ersetzen. Das heißt, ich könnte jetzt hier einfach so eine Auswahl ziehen. Und mit dieser Auswahl, die sollte vielleicht kleiner sein als das Bild da drunter. So. Und jetzt will ich den Bereich hier ausschneiden. Was kann ich dann tun? Ich bin auf der Ebene. Drücke jetzt die Entferntaste. Mal schauen, was passiert. Oh, jetzt ist hier alles weiß. Und jetzt scheint das Kind da noch durch. Aber irgendwo, nee. So richtig durchscheinen tut es nicht. Das kommt nur durch die Deckkraft. Wenn ich die wieder hochfahre, habe ich hier einfach einen weißen Bereich. Dumm gelaufen. Problem ist, wir haben es mit, in der Regel mit JPEG-Bildern zu tun. Also mit Bildern, die keinen transparenten Hintergrund haben. Wir erinnern uns, wenn ich das mal ausblende. Das hier ist transparent. Also diese Kästchen, das ist transparent. Das ist nicht transparent, weil es ein JPEG oder beim Hike wäre es ähnlich. Brauchen wir hier eine gewisse Transparenz. Wie eine Folie, wo ich durchschauen kann. Deswegen gehe ich hier drauf, auf diese Ebene, rechte Maustaste und sage Alpha-Kanal hinzufügen. Das ist der transparente Kanal. Da sehen wir es auch. Transparenz, Information. Klicken wir drauf. So, jetzt hat dieses Bild ein Alpha-Kanal. Das heißt, jetzt kann ich da was wegkratzen und dann sehe ich das. Jetzt drücke ich nochmal die Entferntaste. Und jetzt scheint mein Bild dahinter durch. Jetzt habe ich hier ein Loch reingeschnitten. Ihr seht, da ist eine Transparenz. So, das machen wir aber nochmal rückgängig. Bearbeiten, rückgängig. Bearbeiten, rückgängig löschen. Und das auch nochmal rückgängig. Alpha-Kanal auch rückgängig. Und alles rückgängig. Ich will zurück zu dem, naja, gucken wir mal im Journal. Wie weit müsste ich zurückgehen? Sichtbarkeit, Sichtbarkeit löschen. Rechteck-Auswahl. Da. Das ist jetzt der Punkt. Da sind wir zurück. Hier oben werde ich mal kurz nochmal was anpassen. So, da brauche ich nicht so viel. Wie gesagt, diese Verläufe und was da alles noch an Fenstern hinter ist. Die lösche ich mal. Ich ziehe die jetzt einfach runter. Das sind die Pinsel. Die habe ich an der Seite. So, jetzt haben wir hier noch die Schriften. Auch die will ich löschen. Das kann ich hier alles über diese Fenster und andere Dialoge einblenden. Was habe ich jetzt? Jetzt habe ich meine Ebenen. Ganz wichtig. Dann habe ich meine Pfade und hier habe ich dann mein Journal, meinen Verlauf. Jetzt nochmal als Tipp. Damit ich mir dieses Bild nicht zerstöre, mache ich mir immer eine Kopie davon. Das mache ich mit rechter Maustaste, Ebene, Duplizieren. Jetzt habe ich das hier zweimal. Das legen wir jetzt mal nach ganz unten und blenden das aus, als wäre es gar nicht da. Aber es ist da. Also, wenn ich hier ein paar Löcher reingeschnitten habe, kann ich dann nochmal eine andere Ebene nehmen. Ihr seht, ich habe jetzt dieses Bild und da habe ich ein Loch reingeschnitten. Jetzt könnte ich auch dieses Bild darunter bewegen. Jetzt habe ich hier mein Loch, aber die Auswahl gefällt mir noch nicht so. Ich kann das jetzt hier einfach verschieben. Also, so ein bisschen justieren. Und dann haben wir hier diese Strichlinie. Ich weiß nicht, ob ihr die im Moment so gut seht. Vielleicht gehen wir nochmal so da rein. Steuerungstaste. Jetzt drehe ich am Mausrad. Jetzt seht ihr die vielleicht ein bisschen besser. Diese Strichlinie ist unsere Auswahl. Das haben wir hier unter dem Menüpunkt Auswahl. Und wenn ich jetzt auf Nichts auswählen gehe, dann habe ich auch nichts ausgewählt. Ich sehe anhand dieser gelb-schwarzen Linie, dass ich mich auf dieser Ebene befinde. Denn das ist die Ebene meines zweiten Bildes. Ich gehe jetzt hier oben drauf, blende dieses Bild aus und ich sehe, jetzt habe ich hier ein Loch. Neue Ebene. Und diese Ebene machen wir nicht transparent, machen wir mal weiß. Okay. Dann habe ich hier die neue Ebene und die ziehe ich jetzt mal hier drunter. Dann wäre das auch wieder weiß. So, und jetzt zeige ich euch das nochmal mit irgendwelchen Farbverläufen. Hier habe ich so einen goldenen Farbverlauf oder nehmen wir den bunten. Und dann ziehe ich jetzt mal hier so drüber. Und dann sieht man da unten, da habe ich plötzlich meinen Farbverlauf. Weil hier ist ja mein Loch drin. Und den Farbverlauf würde ich jetzt auf dieser Ebene anwenden. Das mache ich durch Enter. Jetzt habe ich hier eine schöne Ebene mit so einem bunten Farbverlauf. Aber da ist jetzt das Bild mit dem Loch drüber. Und wenn ich das nicht haben will, das Loch, dann nehme ich das Originalbild, was ich vorhin dupliziert habe und packe das wieder da drüber. Würde alles so funktionieren. So, ziehen wir das runter. Das brauchen wir nicht. Entfernen. So kann man natürlich auch wunderbar irgendwelche Muster reinschneiden. So, das setzen wir wieder rein. Und das Witzige war jetzt, jetzt scheint dieses Bild wieder heile zu sein. Aber in Wirklichkeit scheint genau das gleiche Bild unten durch. Und wenn ich den jetzt hier einblende, dann habe ich den dazwischen sitzen. So, den blenden wir wieder aus. Ich hoffe, das ist klar. Jetzt möchte ich hier so einen weißen Rahmen drum haben. Das ist gar nicht so einfach mit GIMP. Das ist ein kleiner Trick. Das ist vielleicht auch schon für Fortgeschrittene, aber kriegen wir ganz schnell hin. Wir gucken uns das nochmal an. Welches Bild nehmen wir denn? Ja, es gibt zwei Möglichkeiten. Wir können dieses Bild nehmen, also diese Ebene nehmen. Und dann gehen wir hier auf den Zauberstab. Das ist der hier. Zauberstab. Und dann klicke ich hier rein. Und dann wird das ausgewählt. So, ich habe hier gerade nochmal umgeschaltet. Hier diese Module. Das ist ja die Werkzeugeinstellung für meinen Zauberstab. Aktuelle Auswahl ersetzen. Und dann kann ich auch die Auswahl abziehen. Das ist so ein bisschen Buhlsche Algebra oder Schnittmenge bilden und so ein Zeug. Also hiermit habe ich die Auswahl ersetzt. Und jetzt habe ich hier meine Auswahl. Selbst wenn ich dieses Bild jetzt wieder ausblende, habe ich hier meine Auswahl. Gut. Ihr habt gesehen, hier oben konnte ich die Auswahl entfernen. Und dann ist meine Auswahl weg. Und dann weiß ich auch gar nicht mehr, wo hatte ich jetzt hier diesen Bereich. Das habe ich jetzt über diese Ebene gemacht mit dem Zauberstab. Gibt noch eine andere Möglichkeit. Auswahl nichts. So, wir nehmen das Bild. Also diese Ebene. Jetzt können wir die da drüber machen. Jetzt könnte ich hier sagen, Auswahl aus Alpha-Kanal. Jetzt habt ihr allerdings diesen großen Bereich ausgewählt. Das ist nämlich mein gesamtes Bild. Noch mal rückgängig machen. Jetzt noch mal mit dem Zauberstab da rein. Jetzt habe ich den kleinen Bereich ausgewählt. So, diese Auswahl möchte ich jetzt speichern irgendwie. Also ich verliere die ja dauernd. Könnte ich jetzt da natürlich mit arbeiten. Aber ich möchte die mal speichern. Und dazu gehen wir auf die Pfade. Und mit diesem Symbol hier unten, wenn ich da mal drauf bleibe, Pfad aus Auswahl. Dann kann ich durchdrücken auf dieses Symbol aus dieser Auswahl einen Pfad erstellen. Den haben wir jetzt hier oben. Den kann ich auch anzeigen lassen. Wieder mit so einem Auge. Dann seht ihr das Rote. Das ist der Pfad. Und das gestrichelte ist die Auswahl. Wenn ich jetzt sage Auswahl entfernen, also Auswahl nichts, dann habe ich hier die rote Linie. Aber nur, wenn ich sie hier auch anzeige. Das ist mein Pfad. So, was hat der Pfad für Vorteile? Ich kann aus diesem Pfad jederzeit wieder eine Auswahl machen. Also so kann ich mir praktisch solche gewissen Bereiche, so eine Auswahl, speichern. Das mache ich über so ein Pfadwerkzeug. Ich hatte vorhin mal gesagt, ja, wir haben zwar hier ein Bildbearbeitungsprogramm für Pixel. Aber wenn ich das hier speichere, speichern unter, Pfad exportieren, dann ist das in Wirklichkeit sogar eine Vektorgrafik. Ihr seht hier oben SVG, skalierbare Vektorgrafik. Also diese Linie, jetzt ist es ein Rechteck, kann aber auch ein Kreis sein, kann aber auch irgendwie eine wilde Form sein. Das ist ein Pfad. Und dieser Pfad ist in Wirklichkeit eine Vektorgrafik, die ich exportieren kann. Dann habe ich nur die Form, also die Linienform und die kann ich dann in anderen Programmen wie Inkscape oder so weiter weiterverwenden. Nur mal so nebenbei. Haben wir auch schon mal Videos zugemacht. So, auf jeden Fall habe ich jetzt hier die Auswahl, auch hier nochmal gespeichert. Und jetzt schauen wir uns mal die Pinsel an. So, dann nehmen wir hier uns diesen Pinsel. Dann nehmen wir uns die Farbe Weiß. Die Farbe Weiß ist im Moment die Hintergrundfarbe. Kann ich aber auch eben ändern, indem ich auf diesen Pfeil drücke. Ich hätte es auch machen können, indem ich jetzt hier wirklich auch die Farbe auswähle. So, jetzt habe ich Vordergrund und Hintergrund Weiß. Wir machen jetzt hier auf diesem Bild mal eine weiße Linie. Also einen Rahmen sozusagen hier drum. Da suchen wir uns jetzt hier einen vernünftigen Pinsel aus. Wir nehmen ruhig diesen Punktpinsel. Der hier hat jetzt keine weichen Kanten, so wie der hier. Der hat eine ganz scharfe Kante. Wir haben die Farbe Weiß und wir wollen die Pinselgröße vielleicht mal so auf, sagen wir mal, 15 Pixel einstellen. Kann ich hier reinklicken und wähle 15. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, unter Fade das Ganze mit einem Pinsel nachzuzeichnen. Und das ist dann dieses Symbol. Am Pfad entlang zeichnen. So, dann kriege ich hier ein neues Menü. Vollfarbe. Ich habe im Moment Weiß. Die Form des Pinsels habe ich hier eingestellt. Mit harten Kanten. Hartness 100. Die Größe habe ich eingestellt. Seitenverhältnis klar. Okay. Winkel ist völlig wurscht. Das ist jetzt hier 0%. Ist ja ein Kreis. Abstand. Kann man auch nochmal darauf eingeben. Brauchen wir nicht. Das lasse ich alles verstehen. Und machen wir Nachzeichnen. Und jetzt sehen wir hier so eine weiße Linie. So, die weiße Linie, die werde ich mal in schwarz nachzeichnen. Okay. Und dann gehen wir wieder hier drauf. Nachzeichnen. Jetzt habe ich hier so eine schwarze Linie drum. So könnte ich auch hier diese Pipette nehmen. Und dann mal schauen, was haben wir denn hier für Farben. Müssen wir jetzt hier nochmal schauen auf diesem Bild. Auf dieser Ebene. Jetzt haben wir hier so ein schönes Blau. So ein Himmelblau. Ja, nehmen wir das mal. Und dann gehen wir wieder auf die Fahne. Und sagen wieder Nachzeichnen. Und diesmal in diesem Himmelblau. Auswahl. Nichts. So was ist dann wirklich schön für ein paar Spatou. Und so können wir auch mehrere Bilder noch reinsetzen. So, dann nehmen wir doch mal hier dieses Rentnerpaar. Vielleicht. Ziehen das auch wieder in unser Bild rein. Einfach hier drüber. Einfach hier drüber. Auf skalieren. Wenn ihr euch ein bisschen Zeit lasst, dann seht ihr auch die ganzen Auswahlmöglichkeiten. Skalieren. Klicke auf dieses Bild und ziehe die jetzt mal hier so rein. Jetzt kann ich, indem ich hier auf diese Mitte gehe, nicht nur skalieren, sondern das Ganze auch nochmal bewegen. So. Skalieren. Abgeschlossen. So. Da sollen die rein. Und auch hier will ich jetzt wieder so einen Schnitt drum machen. Jetzt müssen wir natürlich erstmal wieder gucken, dass wir unsere Ebene da drüber setzen. Da gehen wir wieder mit der Deckkraft etwas runter. Hier gehen wir mit der Deckkraft etwas rauf, damit das ein bisschen besser da durch scheint. Dann nehmen wir wieder unser Auswahlwerkzeug. Wir könnten jetzt auch mal so eine Ellipse nehmen. Von mir aus, ob das jetzt schön aussieht oder nicht, ist ja wurscht. Wir gehen auf dieses Bild. Ich habe das elliptische Werkzeug. Jetzt müssen wir hier gucken. Ihr seht, es wird wieder durchgestrichen. Also es ist nicht aktiv. Das liegt jetzt einfach am Modus. Ich muss die Auswahl ersetzen. Und ziehe dann so eine elliptische Auswahl da drum. Warum geht das nicht mit der Ellipse? Ganz einfach. Also der ist jetzt auf rund. Ihr könnt es jetzt auch rund machen. Aber hier haben wir ein Seitenverhältnis. Ihr seht in den Werkzeugeinstellungen. Das ist fixiert. Nehmen wir das raus. Und dann machen wir das so ein bisschen elliptisch. So. Jetzt möchte ich praktisch wieder was ausschneiden. Also die oberste Ebene. Und die Deckkraft machen wir wieder voll rein. Da wollen wir jetzt entfernen. Und auch da könnte ich aber jetzt wieder einfach auf mein Werkzeug gehen. von den Faden hier unten bei der Pinsel. Und jetzt müsste ich aber am Pfad entlang zeichnen. Ja, aber ich habe noch gar keinen Pfad. Also machen wir uns erst hier einen zweiten Pfad. Auswahl aus Pfad und Pfad aus Auswahl. Da ist unsere zweite Auswahl. Beziehungsweise unser zweiter Pfad. Jetzt ist der erste, der ist da drüber. Auswahl nichts. Jetzt sehen wir hier diese rote Linie. Das ist dieser Pfad. Ich meine gut, wir können jetzt mal kurz gucken. Machen wir hier alle Bilder raus. Und da sehen wir einmal eine rote, einmal eine blaue. Also erster Pfad, zweiter Pfad. Und dann wollen wir mal schnell wieder unsere Bilder einblenden. So, und wir zeichnen auf diesem Bild. Und dann zeichnen wir den Pfad nach. Wieder auf dieses Pfadwerkzeug gehen. Die erste Auswahl. Nachzeichnen. Ups, unsere Farbe ist weg. Schauen wir nochmal. Was hatten wir denn da für eine Farbe? Ich glaube, das war dieses Blau. Hier werden die Farben erstmal noch so ein bisschen abgespeichert. Okay. Dann machen wir das Ganze nochmal. Indem wir hier unten wieder drauf gehen. Und jetzt will er wieder diesen Pfad nachzeichnen. Auch nochmal im Blau. Okay. Fertig. So, und dann blenden wir wieder unsere Bilder ein. Die Pfade lassen wir raus. So kann man sich mal schön eine Collage anlegen. So, da hätten wir noch ein Fahrrad. Könnte man auch jetzt reinsetzen. So, wie kriege ich das darüber? Jetzt müsste ich allerdings auf Bearbeiten, Kopieren gehen. Dann wieder hier das Bild umschalten. Bearbeiten, Einfügen. Ne, das ist eine schlechte Idee. Wir müssen Einflügen als neue Ebene. Dann kriegen wir unser Fahrrad da rein. Und dann sehen wir wieder, wenn wir auf unsere Ebenen gehen, auch da hätten wir dann vielleicht unser Rad. Setzen wir das mal hier oben hin. Und hier könnten wir jetzt auch einfach mal mit einem Rechteckwerkzeug ein bisschen schneiden. Soll da drunter. Die machen wir wieder transparent, damit wir sehen, wo unser Fahrrad liegt. Und schneiden hier unser Fahrrad aus. In dem Bereich schneiden, die ist jetzt aktuell. Entfernen. Da ist es. Auswahl. Nichts. Da können wir jetzt wieder die Deckkraft höher ziehen. Da haben wir unser Fahrrad. So, was fehlt noch? Wir haben hier keinen Rahmen drum. Also, wieder gleiches Spielchen. Ich nehme hier meinen Zauberstab. Gehe in dieses obere Kästchen. Also, die können wir auch nochmal raus machen. Damit wir wirklich sehen, wir sind jetzt hier oben in diesem Kästchen. Wählen den Zauberstab an. Jetzt haben wir hier die Auswahl. Ich gehe auf das Fahrtwerkzeug. Also, jetzt zum dritten Mal alles. Und wenn er es dann auch immer noch nicht verstanden hat, dann fangt nochmal von vorne an mit dem Video. Auswahl aus Fahrt. Nein. Fahrt aus Auswahl. So, und da ist die neue Auswahl als Fahrt. Da wieder ein Rot. Jetzt sind die anderen in Blau. Ich weiß es nicht, ob der jetzt seine Farbe geändert hat. Auf jeden Fall können wir jetzt wieder nachzeichnen. Schauen wir mal, ob wir noch auf der richtigen Ebene sind. Ja, sind wir. Und wieder nachzeichnen. Dann blenden wir jetzt unsere ganzen Bilder ein. Außer das unterste. Und jetzt haben wir hier noch eine Auswahl drin. Die brauchen wir auch nicht. Nichts. Da sehen wir auch noch den Pfad. Den wollen wir auch nicht haben. So, das wäre dann meine Collage. Und jetzt könnte ich ja auch noch irgendwie was reinschreiben. Zum Beispiel hier unten Urlaub 2024. So, jetzt habe ich das markiert. Und da könnte ich mir nochmal irgendwie eine schöne Schrift aussuchen. Und dann mit diesem Werkzeug können wir dann die Schrift auch noch vergrößern oder verkleinern. Das können wir dann auch hier einfach durchdrehen. Können wir das alles schön anpassen. Und auch das ist wieder eine eigene Ebene. Wenn ich jetzt hier unten mal aufs Bild klicke, dann habe ich hier den Urlaub. Beziehungsweise diese Ebene könnte ich auch wieder schieben. Ein bisschen mehr in den Sand setzen. Damit das besser zur Geltung kommt. Vielleicht machen wir da noch einen kleinen Schatten drunter. Filter, Licht und Schatten. Dann machen wir mal einen kleinen Schlagschatten drunter. Da seht ihr dann hier den Schatten im Sand. Und die Größe dieses Schattens, beziehungsweise der Ausrichtung, das können wir hier mit X und Y reinstellen. Dann haben wir einen Weichzeichnungsradius. Da könnten wir das noch stärker machen. Also noch einen stärkeren Schatten. Ich kann es aber auch erstmal wieder zurücksetzen. Ich glaube, so ist ganz gut. Da schaut man dann einfach, dass es mit den anderen Schatten übereinstimmt. Und ich könnte den Y-Wert jetzt einfach mal ein bisschen nach unten setzen. Dann würde das hier mit diesem Schatten schon mal ein bisschen besser korrelieren. Den X-Wert ziehen wir jetzt rüber. So. Denn wenn wir uns das Bild mal genauer angucken, dann muss ja irgendwo von hier die Sonne kommen, weil sonst hätte ich hier unten keinen Schatten. Und den habe ich jetzt hier mit diesem Urlaub übernommen. Dann kann ich noch die Deckkraft des Schattens erhöhen, dass das ungefähr mit dem hier übereinstimmt. Okay. So. Diese gelbe Linie oder schwarz-gelbe Linie, das ist nicht BVB, sondern das ist einfach die Ebene, die wir hier von dem Text haben. Der Text ist jetzt verschwunden. Da sehen wir den Text nochmal. Der ist jetzt als eigentlicher Text verschwunden. Wenn ich mich jetzt hier verschrieben hätte oder sowas, kann ich aber da nochmal mit dem Textwerkzeug rein. Nur dann wäre der Schatten mit der Weg. Denn ein Text mit Schatten ist kein Text mehr, sondern ein Bild. Und jetzt würde ich sagen, ich mache nochmal einen Rechtsklick hier im Ebenenbereich. Und dann machen wir einen Neu aus Sichtbaren. So. Und jetzt könnte ich hier alle Augen ausblenden. und das wäre jetzt mein neues Urlaubsbild. Kann man dann auf eine Tasse oder ein T-Shirt setzen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen hoch und abonniert doch meinen Kanal. Ihr werdet hier noch einige GIMP-Videos oder überhaupt Grafikvideos finden. Und wir machen hier auch natürlich weiter mit Jomla und Webdesign. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.